Was heißt denn? Da, ich seh dich, Carsten. Bleib genau da stehen, dann köpfe ich dich. Seht ihr eigentlich noch meinen Namen? Ja, ich seh deinen Namen immer. Gemeint. Warte doch noch nicht. Wo bist du denn? Ach der. Der Mungo bist du. Mit diesen komischen Grafen. Mit den... Stirbkartoffel! Boah, da stehen die Mongos weg, warum die mich treffen haben. Ah, da hab ich mal mitgegeben. Alt. Ich hab auch mal jemanden getötet. Boah, umgekloppt. Umge... ich hab den Carl umgeknöbelt. Boah, Junge! Noch einen mitgegeben hier. Ja. Ja. Wo ist der letzte? Ist ja die das letzte. Ist sicherlich nur noch einer da, oder? Weiß nicht. Ne, zwei. Boah, jetzt häng ich hier fest. Verarsche? Soll ich dich mal raus treten? Ja, bitte. Hängst du in der Luft, oder was? Ja, ich häng eben irgendwie fest. Wo sind denn die? Der Ritter von der... Da, hinter dir, Carsten! Da, hinter dir, Carsten! Hinter den Zaun. Oh, da sind beide. Ja. Texanisch hinter dir. Ja, da ist auch noch Andreas von Prag, ey. Locker. Was? Oh, schwöre du Möhre. Alter, Vater, hat den noch einen mitgegeben. Ich hab alle im Fall schon... ...geblockt. Der hat mal einen mitgegeben, war. Das ist echt nirgends. Das hier... Ja, den müsst ihr noch kriegen, ey. Lukas, heu nochmal. Alter, Vater, das ist jetzt auch nicht noch eins gegen eins. Nicht schlecht. Wow... Nice, nice, nice. Jetzt... ... ... ...